Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Electric Commuter. Ich bin Andreas und ich möchte euch heute diese drahtlosen Kopfhörer von der Firma Baseus vorstellen. Ja, mit der Firma Baseus arbeite ich schon sehr lange zusammen. Vor zwei Jahren ungefähr hat man mir hier diese Powerbank gegeben. Die habe ich immer noch und die funktioniert auch immer noch und die nehme ich eigentlich fast bei jedem Reichweiten-Test mit, um meine Geräte zu versorgen. Das zugehörige Ladegerät, das nutze ich inzwischen nicht mehr, um die Powerbank vollzuladen, aber das kommt immer mit, wenn ich in den Urlaub fahre, wenn wir mehrere Personen sind und ich möchte mehrere Geräte mit einmal aufladen. Ja, diese Powerbank hier, das ist eines der letzten Produkte, die ich bekommen habe. Eine 65 Watt Powerbank mit 20.000 BmAh, auch sehr zu empfehlen. Die Kopfhörer, wie kann man die jetzt mit meinem Kanal in Verbindung bringen? Also ich war zum Beispiel vor kurzem auf der IFA in Berlin gewesen. Das ist eine 600 Kilometer lange Zugfahrt gewesen. Da hätte ich diese Kopfhörer zum Beispiel sehr gut gebrauchen können. Ja, und dann blende ich euch in meinen Videos immer Musik ein, vor allem in den Reichweiten-Tests. Ich selber habe aber keine Musik dabei. Und da habe ich mich jetzt gefragt, ist das denn möglich, dass man während der Fahrt Musik hört? Und da habe ich hier bei der ARAG ein paar Hinweise dazu gefunden. Ja, dann schauen wir uns einmal den Karton an. Hier sieht man die Kopfhörer schon einmal abgebildet. Bowie MW10, das ist die Modellbezeichnung. Und unten in Rot steht 140. Das ist die Laufzeit. 140 Stunden. Das klappt natürlich nicht mit den kleinen Kopfhörern selber. Aber hier liegt auch eine Ladeschale dabei, mit der das dann möglich sein wird. Wir haben einen IPX6-Wasserschutz. Das heißt, die kann man auch im Regen benutzen oder eben in der Dusche. Und wenn man schwimmen geht und ganz mutig ist, dann geht das auch noch. Ja, auf der Seite sind ein paar Social-Media-Hinweise. Hier unten ist ein QR-Code, wo man die App runterladen kann. Auf der Rückseite stehen noch ein paar technische Daten. Batteriekapazität der Ohrhörer selber 50 mAh. Und die Ladeschale hat eine Kapazität von 2600 mAh. Hier bei dem Produkt wird der Bluetooth 5.3 Standard verwendet. Der zeichnet sich dadurch aus, dass der Stromfahrer auch noch mal reduziert wurde. Dann werde ich die Verpackung einmal öffnen. Und das haben die auch ganz schön gemacht. Das kann man hier so aufklappen. Dann sieht man hier einmal einen netten Herrn, der die Kopfhörer trägt. Und auf der anderen Seite, da kommt erstmal so eine Mappe mit Dokumenten zum Vorschein. Ja, auch die weitere Verpackung haben die sehr schön gestaltet. Hier sieht man schon mal die Ladeschale, wo die Kopfhörer drin enthalten sind. Dann haben wir hier das Ladekabel. Das ist ein USB-A auf USB-C Kabel. Es liegt kein Ladegerät selber dabei. Hier unten in den Tütchen, da sind verschiedene Aufsätze drin. Für die verschiedenen großen menschlichen Ohren. Da sucht man sich den raus, der am besten passt. Und die Ladeschale. Ja, hier drüben ist übrigens mein Handy auf einer Powerbank von Baseus, die Wireless Charging unterstützt. Also drahtloses Laden des Handys. Ja, dann mache ich dieses Tütchen hier einmal auf. Ja, hier haben wir zwei Paar von den Ohrmischelaufsätzen und zwei Paar andere Aufsätze. Schauen wir einmal hier in die Ladeschale hinein. Und da gehen wahrscheinlich gleich die Lampen an. Genau. Und das zeigt den aktuellen Ladestand an. Die Kopfhörer selber, die befinden sich hier. Da ist hier noch so ein Aufkleber drauf. So, jetzt nochmal ohne Aufkleber. Wie ihr seht, leuchten die auch. Was da genau angezeigt wird, das ist wahrscheinlich der Verbindungsstatus. Ja, die Ladeschale selbst ist nicht übertrieben groß. Die hat natürlich ein bisschen Gewicht, weil da befindet sich ja der Akku drin. Dann mache ich mal einfach eine Probe. Das ist die linke Seite. Und ich finde, dass das auch relativ einfach reingeht. Ich merke schon eine deutliche Reduktion meiner eigenen Lautstärke. Und genau so soll das auch sein. Ja, so sieht das Ganze bei mir im Ohr aus. Ich hole den nochmal raus und zeige euch nochmal, wie man den reinsteckt. Einfach so und schon ist er drin. Dann haben wir noch diese Art von Gummi hier. Das sind diese Auflagen hier, die kann man dann auch noch austauschen. Ja, wenn man die Kopfhörer hier ins Ladegerät packt. Hier sind so ein paar Kontakte. Da muss man also darauf achten, dass man die so reinlegt, dass die Kontakte hier auch erfasst werden. So, beschriftet mit links und rechts. Und dann kommen die einfach so da rein und leuchten. Da hier gerade so eine Power Station liegt, kann ich die nutzen, um das Ganze mal zum Laden anzuschließen. Ich habe gelesen, das Ganze hat auch eine Schnellladefunktion. Und mir wird angezeigt, wie wir jetzt laden. 5 Volt, 0,7 Ampere. In 10 Minuten soll man den Strom für 2 Stunden Hörgenuss quasi nachladen können. Ja, als nächstes schauen wir uns einmal die App an. Da gab es ja hier auf der Verpackung diesen QR-Code. Den scanne ich jetzt einmal ein. Und dann werde ich quasi zum Download der App weitergeleitet. So, dann gibt es einen Link, in meinem Fall zum Google Play Store. Wenn man jetzt ein iPhone hat, dann wahrscheinlich zum iOS Store. Dann installiere ich die App einmal. So, man möchte gerne den GPS mitverwenden. Bei Nutzung der App sage ich hier. Und da werden sie auch schon gefunden, Geräte hinzufügen. Ja, dann verbinden wir das Ganze mal mit Bluetooth. Hier sind ein paar andere Geräte von mir. Und da haben wir auch diese Kopfhörer gefunden. Koppeln. Und da sehen wir die Kopfhörer auch in der App. So, Aktualisierung festgestellt. Also, er möchte ein Firmware-Update durchführen. Dann machen wir das. Das Ganze hat jetzt ein paar Minuten gedauert. Zurück zur Startseite. Also, beide Kopfhörer sind voll geladen. Genauso wie das Ladecase. Und auch die Powerstation, die zeigt an, dass quasi nicht mehr geladen wird. Dann gibt es hier einen Equalizer-Modus. Da nehmen wir mal Baseus Classic. Aber ihr seht, es gibt diverse hier. Und man kann auch benutzerbasiert etwas einrichten. Was gibt es noch? Gesteneinstellungen. Hier kann man durch Antippen der Höhre Wiedergabe oder Pause einstellen. Und wie ihr sehen könnt, kann man hier auch diverse andere Sachen einstellen. Das Lustige ist, ich habe gerade ein Video gesehen, wo die Kopfhörer vorgestellt wurden. Und da wurde bemängelt, dass man nicht das nächste Musikstück zum Beispiel machen kann. Aber wie ihr sehen könnt, kann man genau das hier einstellen. Ja, dann haben wir noch einen Niedrig-Latenz-Modus. Das verringert die Tonverzögerung, um Bild und Ton zu synchronisieren. Okay. Ich denke, das ist, wenn man jetzt ein YouTube-Video anguckt zum Beispiel. Dann kann man hier noch ein paar Einstellungen vornehmen. Und die Geräte zum Beispiel entkoppeln. Okay, jetzt möchte ich aber auch mal was hören. Ja, ihr könnt leider nichts hören aus rechtlichen Gründen. Ich werde jetzt mal in ein YouTube-Video reinspringen, ein Musik-Video. Und mir dort was anhören. Und dann erzähle ich euch, wie der Klang so ist. Klingt schon mal sehr gut. Das war die Werbung vor dem Lied. So, jetzt geht die Musik los. Das klingt wirklich gut. Ich mache mal ein bisschen lauter. Alles klingt wirklich gut. Einmal antippen. Doppelklick-Verpause, okay. Und dreifach-Trippen war der Sprachassistent. Und tatsächlich, Google kommt hoch. Ja, also ich bin erstmal sehr zufrieden mit dem Klang. Wirklich sehr gut. Natürlich muss ich das Ganze jetzt noch ein bisschen ausprobieren. Und dann sage ich euch an einem anderen Tag, wie sich die Kopfhörer so geschlagen haben. Ich werde es nicht schaffen, das Lade-Case einmal leer zu machen. Da der Termin für das Video quasi schon vor den zwei Wochen ist. Die das Ganze halten soll. Ja, jetzt möchte ich euch gerne noch ein bisschen was über die Features erzählen. Wir haben hier kabellose Bluetooth-Kopfhörer. Mit 48 Dezibel Rauschunterdrückung in 10 Stufen. Wir haben 140 Stunden Wiedergabezeit. Das ist natürlich die Wiedergabezeit der Kopfhörer selber, die man dann abends wieder ins Lade-Case reinlegt, um sie am nächsten Tag vollgeladen quasi wieder anzuziehen. Und das Lade-Case hat quasi die Möglichkeit, die so oft nachzuladen, dass man auf die 140 Stunden kommt. Die Kopfhörer sind wasserdicht mit IPX6-Schutz. IPX6, das ist glaube ich Strahlwasser oder sowas. Das ist schon ein sehr ordentlicher Schutz. Das kennt ihr ja von den E-Scootern. Man kann mit den Kopfhörern natürlich auch telefonieren. Da sind vier ENC-Mikrofone eingebaut. Die Kopfhörer haben eine niedrige Latenz von 0,038 Sekunden. Wir verwenden hier Bluetooth 5.3. Es besteht die Möglichkeit einer Mehrpunktverbindung. Das bedeutet, man kann mehrere Geräte gleichzeitig mit den Kopfhörern verbinden. Die Ladeschale unterstützt eine Schnellaufladung. Die Kopfhörer haben eine ergonomische Passform. Ja, das stimmt wirklich. Also es hat wirklich auf Anhieb sehr gut gepasst. Es gibt eine App und das Ganze ist 240 Gramm leicht. Ich habe ein paar Tage Zeit gehabt, das Ganze auszuprobieren. Und jetzt möchte ich ein kleines Fazit machen. Also erstmal der Tragekomfort, der ist sehr gut. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, das Ganze längere Zeit in den Ohren zu behalten. Also durchaus mehrere Stunden. Das Einzige ist, wenn ich die Kopfhörer aufsetze. Zum einen ist es relativ einfach, rechts und links zu vertauschen. Ich habe immer noch das Problem, dass ich das so ein bisschen drehen muss, um die richtige Position zu finden, wie die Kopfhörer in meine Ohren gehören. Aber spätestens, wenn das Ganze hier so dumpf wird, also dass die äußeren Umgebungsgeräusche werden, so ein bisschen gedämpft, dann weiß ich, das Ganze ist richtig angebracht. Zurück in die Ladestation. Geht super einfach. Denn das Ganze wird magnetisch dort gehalten. Am Wochenende sind wir zu einer Familienfeier gefahren. Und ich war Beifahrer und ich habe die Kopfhörer dabei ausprobiert. Neben mir waren noch meine Frau und meine zwei Kinder im Auto. Und ich muss sagen, dass doch die ganzen äußeren Einflüsse ziemlich doll unterdrückt wurden während der Fahrt. Natürlich hört man hier und da die eine oder andere Person was sagen, aber die Unterdrückung der Geräusche ist wirklich gut. Ich habe das Ganze auch im Büro ausprobiert und ich habe dort einen Ventilator laufen gehabt. Und bei entsprechend lauter Musik, da wurden die Nebengeräusche wirklich sehr gut unterdrückt. Ich habe dann auch den direkten Vergleich gemacht mit eingeschalteter Geräuschunterdrückung und ausgeschalteter Geräuschunterdrückung. Und ich muss sagen, dass es sich mit eingeschalteter Geräuschunterdrückung auf jeden Fall deutlich besser angehört hat. Wenn die Musik allerdings sehr leise wird, dann hört man solche Sachen wie zum Beispiel den Ventilator, den ich dort laufen hatte, dann doch noch. Es ist so, dass die Kopfhörer einmal hier unten dieses Gummiteil haben und hier oben diese Dichtung. Und dadurch dichtet das Ganze an zwei Stellen quasi Nebengeräusche auch so schon sehr gut ab. Und dazu kommt dann noch diese aktive Geräuschunterdrückung und das gibt dann am Ende das Gesamtbild. In der App kann man den Equalizer einstellen und da sind diverse Profile vorgegeben und da habe ich mich für das Rockprofil entschieden. Damit finde ich, klingt das Ganze am besten. Dann kann man in der App noch die verschiedenen Tastenfunktionen einstellen. Man kann ja auf jedem Ohrhörer, wenn man so drückt, kann man auch noch verschiedene Funktionen aktivieren. Und welche Funktionen das sind, das kann man in der App genau einstellen. Ich habe das so eingestellt, dass wenn man lange drückt auf der linken Seite, dass es dann leiser wird. Lange auf der rechten Seite drücken, dann wird das Ganze lauter. Doppelklick, also zweimal antippen auf der linken Seite, dann pausiert bei mir das Lied. Und zweimal antippen auf der rechten Seite, dann wird zum nächsten Titel vorgesprungen. Lediglich die Dreifach-Antipp-Funktion. Da gibt es nur zwei Sachen zur Auswahl. Da kann man den Sprachassistenten oder den Niedrig-Latenz-Modus auswählen. Ja, okay. Irgendwas muss man ja einstellen, also habe ich das jetzt genommen. Aber auch das ist eine Funktion, die ich nicht wirklich benötige. Ja, dieser Tastendruck, der führt auch zu ein paar Problemen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, zum Beispiel beim Einsetzen der Ohrhörer, dass man versehentlich auf diese Tasten draufdrückt und sich da irgendwas verstellt. Die zweite Stelle, an der das passiert, ich habe die Kopfhörer auch im Bett dann gehabt. Wenn ich auf dem Rücken gelegen habe, gab es kein Problem. Aber sobald ich mich auf irgendeine Seite gedreht habe, dann wurde das als Tastendruck interpretiert. Und dann hat sich da auch was verstellt, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ja, der Akkustand ist auch nach mehreren Stunden Benutzung immer noch bei 100%. Obwohl ich die Kopfhörer durchaus einige Stunden in Benutzung hatte, hat sich da nicht viel verändert. Und so kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Laufleistung entsprechend hoch ist. Der Hersteller gibt ja 140 Stunden Laufleistung an. In der App ist mir noch aufgefallen, es gibt dort eine Finde-Funktion. Das heißt, wenn man die Kopfhörer irgendwo verlegt hat, dann kann man die dort suchen und auch finden. Ja, dieses Case hier, das ist wirklich praktisch. Da kann man die ja sehr gut einstecken und mitnehmen. Ich kann euch das Produkt wirklich sehr empfehlen. Bei Amazon habe ich aktuell einen Preis von 59,90 Euro gesehen, den ich auch durchaus für angemessen empfinde. Ja, einen Link zum Produkt findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ich würde mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao! Ciao!